Diese Übungsserie ist für das Training in der Gruppe, also für Sportclubs, Vereine und Trainingsgemeinschaften konzipiert. Für die Übungen benötigen Sie verschiedene Geräte. Zum Einsatz kommen beispielsweise Schwedenkästen, Turnmatten, Kreisel und Bälle. Absolvieren Sie die Übungen deshalb am besten in einer Turnhalle. Sie führen die Übung aus, Ihr Partner unterstützt Sie dabei. Im Anschluss wechseln Sie die Rollen. Führen Sie die Bewegungen fließend und mit gleichbleibender Geschwindigkeit durch. Machen Sie von jeder Übung zwei Serien. Das Programm soll Ihre gewohnten sportlichen Tätigkeiten nicht ersetzen. Es ist vielmehr eine wertvolle Ergänzung, die Sie gezielt auf den Wintersport vorbereitet. Nehmen Sie die Ausgangsstellung ein. Ihr Partner fixiert Ihre Unterschenkel. Verschränken Sie die Arme vor der Brust. Heben und senken Sie nun den Oberkörper. Machen Sie 10 bis 15 Wiederholungen. Erschweren Sie die Übung, indem Sie die Hände an dem Kopf halten. Legen Sie sich auf den Rücken. Ihr Partner fixiert Ihre Schultern. Strecken Sie die Beine und drehen Sie sie von links nach rechts. Legen Sie die Beine nicht ab. Die Scheibenwischerbewegung trainiert alle Muskeln, die an der Rumpfrotation beteiligt sind. Das Ziel sind 10 bis 20 Wiederholungen. Legen Sie sich zeitwärts auf den Schwedenkasten. Ihr Partner fixiert Ihre Unterschenkel. Das Becken bleibt stabil. Heben und senken Sie den Oberkörper. Je grösser das Bewegungsausmass, desto anspruchsvoller das Training. Machen Sie 10 bis 15 Wiederholungen pro Seite. Legen Sie sich auf den Schwedenkasten, sodass der Oberkörper über die Kante ragt. Ihr Partner fixiert Sie, indem er Ihre Unterschenkel festhält. Senken und heben Sie den Oberkörper mit gleichmäßiger Bewegung. Ihre Arme sind über der Brust verschränkt. Heben Sie sich nur bis zur Geraden. Vermeiden Sie ein Hohlkreuz. Machen Sie 10 bis 15 Wiederholungen. Sie können die Übung steigern, indem Sie die Hände an den Kopf halten. Knien Sie sich auf die Trainingsmatte. Ihr Partner fixiert Ihre Beine, indem er sie oberhalb der Knöchel festhält. Halten Sie Ihren Oberkörper gestreckt. Lehnen Sie sich langsam nach vorne und richten Sie sich wieder auf. Machen Sie zu Beginn nur kleine Bewegungen, da die Übung sehr intensiv ist. Das Ziel sind 10 bis 15 Wiederholungen. Sie können die Belastung steigern, indem Sie sich weiter nach vorne lehnen. Begeben Sie sich in die Schubkarrenposition. Stützen Sie sich mit den Händen ab. Ihr Partner umfasst Ihre Knöchel. Gehen Sie auf den Händen. Die Hüften bleiben gestreckt. Vermeiden Sie ein Hohlkreuz. So wird die Ganzkörperstabilisierung trainiert. Das ist gerade für den Wintersport sehr wichtig. Legen Sie sich auf den Rücken und strecken Sie die Beine. Ihr Partner dient Ihnen als Gegengewicht. Beugen und strecken Sie die Beine langsam und mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Drücken Sie die Knie nicht ganz durch. Das ist wichtig, damit die Muskulatur unter Spannung bleibt. Machen Sie 10 bis 20 Wiederholungen. Sie können die Belastung steigern, indem Sie die Übung einbeinig ausführen. Stehen Sie auf eine instabile Unterlage und halten Sie das Gleichgewicht. Ihr Partner wirft Ihnen den Ball zu. Die Koordination wird optimal trainiert, wenn der Ball aus verschiedenen Richtungen mal nach unten, mal nach oben geworfen wird. Die Übung wird anspruchsvoller, wenn Sie einen schweren Ball, beispielsweise einen Medizinball, ins Spiel bringen. Ihr Partner hält Sie an einem Bein fest. Springen Sie mit dem anderen Bein vorwärts mit Oberkörpervorlage. Gleichzeitig hält Sie Ihr Partner zurück. Machen Sie pro Bein 5 bis 10 Sprünge. Dies ist eine Ganzkörperübung. Koordination und Kraft werden gleichermassen trainiert. Sie können die Belastung steigern, indem Sie tiefer in die Knie gehen. Die Sprungschule ist eine wichtige Vorbereitung für den Wintersport. Passen Sie die Kastenhöhe den individuellen Fähigkeiten an. Springen Sie mit beiden Beinen vom Kasten auf den Boden und weiter zum nächsten Kasten. Die Übung kann durch den Sprungrhythmus variiert werden. Machen Sie 5 Sprünge, mal schneller, mal langsamer. Wohlfahrer, Wohlfahrer, wo auch haben Sie. Wohlfahrer,